Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, meine Herzlich Willkommen zu einem kleinen V-Log. Ja, ihr wisst ja, I Gotten Chains Part 2 ist jetzt raus. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Eigentlich. Denn die liebe GEMA hat mir mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, hat das Video aktuell gesperrt oder in dem Fall war es UMG. Weil da irgendwo irgendwie ganz leise im Hintergrund, ey, also ich habe es selber nicht gehört, sonst hätte ich es ja gleich rausgeschnitten, da läuft irgendwie ein Lied. Ich weiß auch nicht, was das ist. Da stehe ich auf jeden Fall gerade in der Tuning-Werkstatt und deswegen, ja, hätte ich jetzt eigentlich nochmal neu rendern sollen. Das Problem war, meine Festplatte war voll, weil ihr wisst ja, meine eine Festplatte ist abgeraucht und ich habe leider noch keinen Ersatz. Ich hätte gerne einen, aber geht leider aktuell nicht, da das Geld dafür aktuell einfach nicht da ist. Und deswegen muss ich mit meiner 1-Tar-Arbeit-Platte aktuell klarkommen, das heißt, ich nehme 5 Folgen auf und die Platte ist voll. Ja, das ist das mit diesem Lossless-Aufnehmen und so weiter. Ich möchte möglichst hohe Qualität aufnehmen. Das heißt, ich kann aktuell nicht so viele Videos immer auf einmal vorproduzieren, da einfach mir der Platz auf der Platte fehlt. Und ich, Idiot, das natürlich auch gleich mal gelöscht hat, das Material, was ich da aufgenommen hatte, weil ich dachte mir, hey, ist gerendert. Kein Ding, passt schon. Deswegen sage ich es auch gleich, wie es ist. In den nächsten, ich sage es euch gleich, wenn ich es finde. Nein, da ist es nisch. Da ist es auch nicht. Da ist es. Also in der Folge 71, 72, 73, 74 und 75 fehlt leider der Intro-Sound. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich das in YouTube ja auch noch irgendwie ein bisschen bearbeiten und kann das da einfach das Intro rauscutten. Weil irgendwas macht da mein Videoschnittprogramm ständig irgendwie kaputt und ich weiß echt nicht, an was es liegt. Ich dreh da noch durch. Und ja, der ganze Rechner, der ist schon wieder irgendwie aktuell total strange. Also ich werde wahrscheinlich bald das ganze Ding nochmal kommentiert aufsetzen, weil irgendwie der mag nicht so, wie ich will. Ja, nichtsdestotrotz, das wollte ich jetzt euch eigentlich bloß mal sagen, weil es mich selber nervt. Und ja, ich schaue mal, vielleicht schaffe ich es ja noch, dass ich irgendwie noch ein Video heute raushaue als Entschuldigung oder so. Oder hoffen wir uns mal, dass die Folge 70, also das I-Garten-Chain-Special, Part 2, heute noch irgendwie an den Start geht. Da entschuldige ich mich auf jeden Fall megast bei euch für die Verzögerung. Und ja, ansonsten, ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag. Ich hoffe bei euch, das wäre dann nicht so scheiße wie bei uns. Wir haben jetzt hier aktuell irgendwas um die 18 Grad, total bewölkt, es regnet. Und unser Pool draußen, der füllt sich auch so langsam mit Wasser, denn wir haben da in Amazon, haben wir so einen kleinen Pool, so 3,66 Meter, großes Planschbecken gekauft. Weil ich gesagt habe, ich halte es nicht aus, hier ist es zu warm, es ist total schlimm und jetzt ist das Wetter wieder scheiße, kaum ist das Ding da. Es war irgendwie klar, aber mein Gott, naja, Freunde, angenehmen Tag euch, macht's gut, haut rein, servus. Bis zum nächsten Mal.